hallo freunde willkommen zurück auf der oberon schauen letztes mal wie ein bisschen den hof verschönert nun sehen was die felder machen aber dürfte noch nichts machen richtig feld 38 da möchte ich jetzt trauben drauf an wann darf ich trauben säen oder pflanzen trauben genau der richtige zeitpunkt jetzt keine ahnung ob ich das kann ob das richtig mache ich versuche es jetzt einfach mal wir gehen jetzt im baumenü vier handelsleiderschrank bau und land landwirtschaft das ist es nicht produktion plantagen das müssten die trauben sein das sind die oliven hier das sind die trauben ich habe keine ahnung wie weit ich da rein muss wo da rein ist eigentlich egal ich kann wir von da aus es halbwegs gerade so dann kriegt da hinten drin da springt er dran wenn ich da hingehe geben stücke weg dann macht er das da fehlt so eine art gps oder sowas der mir die linie zeigt da eben noch gerade dran bin da bin ich schon versetzt ich mache noch eine dritte ich bin sicher ich habe mit sicherheit zu viel abstand wir lassen es jetzt mal dabei wieso und dann haben wir jetzt aufgeschrieben ich kann doch gar nichts machen wenn es erst grün ist dann muss ich mulchern ok das heißt wir müssen warten bis das erste grün da ist ärgerlich was machen da meine hühner die sind denen geht es gut da liegt auch noch nichts ich weiß jetzt nicht wie lange ich vorspulen muss mache ich jetzt einfach mal wieder die hühner haben genug fressen und die wohnung die um die trauben kümmern das war zwei tage vor genau wie die paletten da stehen da lohnt sich das auch wieder also unmengen paletten kommen da auch nicht hin dass pro tag eine palette ist nicht viel ich wollte auch noch die hühner wieder weg stellen die stehen noch hier seit der seit ich ein bisschen verschönert habe ich habe nicht wieder aufgeräumt nicht umfahren nicht umfahren in der säte gehen auch doppelt drauf und fest bin schauen wir ihm dass die da ist noch nichts grünes dran nein trauben im dachstum ok ich nehme schon was die eier machen ja auch immer noch bei der ersten palette also ich wohne noch mal vor glaube nicht mehr dass wir zum tage gehen seine jahren wochen ein tag wo das sind ja immer mehrere tage wenn ich einen tag vorspule sind das glaube ich mal vier tage ich muss nur zwischendurch gucken durch die paletten verkaufen das geld reinkommt wenn jetzt ist es märz so noch nichts zu ernten also nichts vor es zu machen sind schon im april erst noch ein vorlaufen nur mal dringend gucken durch wasser nachfüllen muss uns kommt ja gar nichts mehr so da haben wir den 8 april und dann schauen wir mal also ich sehe noch gar nichts also ich habe es mir aufgeschrieben mulchten grubbern düngen aber erstens grün da ist und da ist nichts grünes dran also weiß ich noch nicht was ich machen soll ja es geht auch von der entfernung das ist gut hier geht noch eine leiste darauf das ist super dann kannst du eine stehen bleiben hier eben gucken was es wasser macht immer noch 10.000 liter drin da geht die zweite palette jetzt dran und nahrung ist auch noch genug drin soll ich denn jetzt nochmal vorspugen ich kann jetzt nicht noch ein paar reben da rein setzen weil das da ist grün da ist grün da sind fehler um diesen linien da ist grün also wir brauchen jetzt das was gebrauchtes das was gebrauchte hier da war doch kein geld für wir kaufen den auf jeden fall jetzt den brauchen wir den werden öfters gebrauchen dann brauchen wir den brauchen wir jetzt nach der ernte und den fehlt aber da kommt was hinten das ist das zum düngen den mieten wir uns mal eben könnte ich alles kaufen das ist der molcher und den grubber mieten wir uns auch noch keine ahnung was man da mit macht da kommen die trauben rein ok aber das brauchen wir jetzt noch nicht du kannst doch ein bisschen brauchen wir machen es einfach der reihe nach ach das kleine ding ist der molcher da ok den wir fast übersehen wir brauchen den schmalen traktor weil der große nicht da durchkommt er schaltet herab gut dann schauen wir mal auf das hinbekommen nicht zu stark in die kurve gehen merke ich gerade sonst nicht auf der seite ja das funktioniert alles so also ich hab's gesehen bei randy randy hat's gut eigentlich gut erklärt der sachsen player aber ich guck verschiedene ich guck mir einige an und warte doch bis ich dann vorbei bin was soll das denn das zum thema intelligenter als eine 19er kann ich jetzt nicht sagen so sehen tue ich nicht viel die mussten nah dran haben wir gesagt 900 8 7 8 8 9 10 11 12 15 14 Ich bin fast zu, ne? Die Reben haben Kollision, deswegen hält das einfach so auf, wenn ich ganz 100% gerade fährt. Aber meine Reben sind nicht 100% gerade, das ist auch ein Problem. Und wenn sie gerade die Spur verlassen ist, ist es fast unmittelbar, hier drauf zu kommen. Naja, ich glaube, wenn ich das ein paar Jahre gemacht habe, weiß ich wie es geht. Und ich habe eins, zwei, zwei drin, zwei drin und eine draußen. Und zwei, drei, vier mal auf und runter, super. Ja, da bin ich zu weit weg. Also zu nah bleibt er hängen, zu weit weg bleibt er stehen. Ist nicht so einfach. Ja, da bin ich zu weit weg. Aber das macht man ja auch einmal mehr. Ich kann doch nichts anderes zeigen, ich muss das jetzt machen. Das ist das Problem. Ich habe da was liegen können. Also rechts, die beiden sind schon weit auseinander da. Müssten wir noch mal nachher bei nächstes Jahr. Aber schauen wir mal. Es ist interessant, aber da ein ganzes Feld von machen, das glaube ich nicht. Das macht doch keine Hilfe, oder? Nee, Helfer macht das nicht. Okay. Das wäre zu schön gewesen. Da ist wieder was stehen geblieben. Da ist wieder was stehen geblieben. Da ist wieder was. Dann ist wieder was. Da ist wieder was. Wenn man gerade durchdurcht, kommt das gut. Wenn die Börse hängt, etwas gegenlenkt. Ich bin doch schnell auf die Spur. Ich bin jetzt dabei. Ich hätte mit zwei Reihen gebrühten. Wenn wir mal gut genügen sollen, ich muss gar nicht auf drei gebrühten. Ich meine, es sieht gut aus, sauber. Aber das Ergebnis zeigen dann die Trauben, die dran sind, ob es gut ist oder nicht. Der Ertrag. Aber ich will euch nicht damit langweilen. Ich mache das jetzt fertig, dann ohne Aufnahme und ihr seht dann das Ergebnis beim nächsten machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es macht weiteren Spaß und bleibt mir gewohnt, haut ein Däumchen raus. Und auf jeden Fall wie immer, bleibt gesund, hauch ruhig. Bis zum nächsten Mal.